All ready for kick off day 2! Sascha, gib uns ein High Five! Zum ersten Mal in meinem Leben, festgefahren! In dem Teil oder auch mit der GS, das ist ja Wahnsinn wenn wir da fahren, wenn die Leute hier da fahren. Die normalen Teile sind eh super, aber ein, zwei Abenteuer pro Tag halt. Ja genau, aber schaut sehr cool aus, das Teil. Danke dir! Gestern habe ich gehört, 140 km haben sie zustande gekriegt. Aber dass du mit dem Ding überhaupt hier unterwegs bist, Respekt. Danke, das macht Spaß, ich komme auch gut voran, außer... Ich hinten, du vorn! Okay! Was ist das denn? Eieiei! Es ist die Zeit meiner Leben, oder? Es ist die Zeit meiner Leben, oder? Es ist die Zeit meiner Leben, oder? Es ist die Zeit meiner Leben! Abenteuer! Oder? Es ist die Zeit, ich bin der Welt! Es ist die Zeit meiner Leben! Es ist die Zeit meiner Leben! Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 2 und zwar Learnings von gestern. Wir fahren den Lighttrack. Ich versuche mir noch den Kilometerstand zu organisieren, wann wir abbiegen müssen und ich will am Moped auch den Tripmaster nutzen, um genau dann den Kilometerstand, also dann hast du quasi die ähnliche Anzeige wie beim Roadbook, um den Kilometerstand so zu sehen wie auf einem Roadbook, dass man einfach genau weiß, bei dem Kilometerstand muss dann die Abzeugung auf den Lighttrack kommen. Zweitens, Infos gekriegt. Perfektes Kurvenfahren Offroad, also perfektes Fahren Offroad. Es gibt eigentlich nur Beschleunigen und Bremsen, alles dazwischen gibt es nicht, auch keine Rollen. Genau, wir können ja uns mal langsam daran rantasten, aber dann haben wir gestern hier mit Kollegen noch gesprochen und die haben mir in jedem Fall gesagt, umso mehr du um die Kurve rollst, umso wackelig wirst du. Aber klar, die fahren ein ganz anderes Level, ganz ein anderes Level. Echt genial. Wann gestern schon so gegen 15 Uhr da und rechnen heute noch mal mit demselben. Dann, wir fahren in keine Einbahnstraßen, die leicht bergab gehen und nur ein schmaler Trail sind, wo du das Moped nicht allein wieder rausschieben kannst. Gestern ist ja schiefgegangen, noch ein Moped umgefallen bei Boom drin. Habe einfach gedacht, der Heavy Track geht hier noch weiter, also der Standard Track für die kleiner 700 Kubik Enduros. Bin da ganz happy reingefahren, dachte einfach, okay, diese zehn Meter müssen es noch sein. Und dann, und deshalb heute lieber noch mal auf der Straße stehen bleiben. Eigentlich die Wege, die wir für Big Enduros haben, die müssten in jedem Fall mindestens die Breite von der Straße haben. Deshalb, das sollte schon passen. Und zusätzlich weiteres Learning. Ich habe in meinem Rucksack auf jeden Fall eineinhalb Liter extra. Das bedeutet aus zwei Liter mach dreieinhalb Liter. Und es sollte mehr als genug dann zu trinken sein, dass wir auch beim nächsten Tankstopp irgendwo wieder was auffüllen können. Genial. Heute, Tagesetapel, ca. 260 Kilometer. Ich kann es hier mal grob einblenden. Hier wird ganz genial. Ich habe die Hoffnung, weil es ein bisschen weniger Kilometer sind, dass ich auch ins Ziel komme. Bin gespannt, wie weit ich komme. Will heute unbedingt Drohnenaufnahmen machen. Ich hoffe, ich nehme mir die Zeit. Weil ja, das Wichtigste ist ja die Reise. Passt. In diesem Sinne, ich muss frühstücken gehen. Macht es ganz gut. Geil. Hier werden schon die ersten Kriegsvorbereitungen getroffen. Ich rocke mal. Ich lasse mir was Leckeres schmecken und bis später. Sehr geil. Lustige Sache. Hat mir gesagt, quasi beim Anfahren noch Schotter und so. Wenn jemand überholt, soll am besten hupen und so. Und ich sage gestern, gestern am Abend schon und heute am Frühstück nochmal. Deshalb irgendwie komisch. Ich hatte niemanden angehubt beim Vorbeifahren. Und dann sagt ein Kollege heute und ein anderer Kollege gestern war noch so verschlafen in der Früh. Da sind die selbe Frage zweimal gestellt. Ich habe gar keine Hupe bei einem Moped. Ja, die Mopeds sind, also viele davon sind einfach Hard Enduros, wie der richtige Name ist. Und das sind einfach geile Funpikes. Und gegebenenfalls Ex-Racebikes oder einfach Racebikes. Und die haben gewisses Zubehör einfach nicht. Also vielleicht Licht, vielleicht Blinker, vielleicht Spiegel, vielleicht Hupe. Muss man wissen. Also ich beeile mich. Start heute vielleicht einfach ein bisschen früher in Richtung Start. Der Startpunkt ist wieder 60 Kilometer entfernt. Damit ich, also ich fahre gemütlicher und entspannt dorthin und muss noch rausfinden, bei welchem Kilometerstand der Leichttrack beginnt. Ansonsten alles schon wieder eingerichtet. Tankrucksack wie gestern. Staff Drohne, zwei Liter zu trinken. Hier Rucksack. Der ist auch einfach voll. Sicherheitshalberheben die Wasserflasche. Ich habe auch diesmal Brot und Wurst dabei. Ich will einfach eine anständige Jause, wenn ich am Berg bin. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf. All ready for Kick-Off Day 2. Sascha, gib uns einen High Five. Ich habe hier gestern schon einen kleinen Workaround gemacht und zwar, ich habe die Ladebuchse hier und mein Handy da auf dem Tankrucksack. Das bedeutet, Kabel rein, Deckel nicht ganz zu und dann wird das permanent geladen. Praktisch. Hat super funktioniert. Echt eine super lustige Runde hier. Es ist eine große Ehre, dabei zu sein. Der Leichttrack beginnt heute bei Kilometer 132,4. Foto hier. High-Row hat es direkt auf seinem Moped mit Panzertape draufgeklebt, um es nicht zu vergessen. 132,4. Irgendwo hinten. Hola amigos! Also was haben wir da vorne? Genau, den Checkpoint. Ganz wichtig. Weil hier beginnt quasi das Rollbook. Und das ist der Moment, wo wir den Tripmaster starten. Sollte abgeschlossen sein. Die Summen Zus院 Begleite Begleite Auf auf Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020